In diesem Video geht es um die besten Infrarot-Thermometer. Der Qualitätssieger in unserem Infrarot-Thermometer-Test geht an das Bosch GIS 1000. Das digitale Thermometer GIS 1000C mit Bluetooth-Verbindung kann Temperaturen zwischen minus 40 Grad und plus 1000 Grad mit einer Genauigkeit von plus minus einem Grad messen und ist innen wie auch außen verwendbar. Mit dem externen Sensor kann das Infrarot-Thermometer nicht nur die Oberflächentemperatur, sondern auch die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von plus minus 2% messen. Einfache Übertragung auf ein Smartphone über die per Bluetooth verbundene Measuring-Master-App oder auf einen PC mit dem Micro-USB-Kabel. Eine visuelle Kamera ermöglicht das Speichern von Bildern gemeinsam mit Messwerten zur besseren Dokumentation, während das 2,8-Zoll-Fab-Display die Lokalisierung von Messungen und die Bedienung des Geräts erleichtert. Mit der Zoom-Funktion kann der Benutzer das visuelle Bild je nach benötigtem Detailgrad vergrößern und verkleinern. Das nach vorn gerichtete LED-Licht sorgt für gute Ausleuchtung des Messbereichs. Für externe Temperaturmessungen wie der Raumtemperatur oder der Temperatur von Flüssigkeiten steht eine Typ-K-Schnittstelle zur Verfügung. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Sovacet Infrarot-Thermometer. Dieses Instrument kombiniert die neueste Temperatursensortechnologie mit einer fortschrittlichen Fresnel-Insel und liest Werte mit hoher Genauigkeit von bis zu plus minus 2% in nur 0,5 Sekunden. Das einstellbare Emissionsvermögen beträgt 0,1 bis 1,0, wodurch die Oberflächentemperatur verschiedener Objekte besser gemessen werden kann. Eingebauter roter Laser zum präzisen Zielen, genaues Finden des Messziels. Farbige Großbildanzeige, klare Ablesung. Das Verhältnis von Entfernung zu Punkt beträgt 12 zu 1, was bedeutet, dass Sie das Ziel in größerer Entfernung messen können. Das Infrarot-Thermometer kann zum Kochen, Grillen, Autoreparatur, Instandhaltung und Reparatur im Haushalt oder für andere Haushaltsaufgaben verwendet werden. In Verbindung mit einem Fleisch-Thermometer ist es die beste kulinarische Hilfe für Köche und Feinschmecker, die das Leben im Alltag besser unterstützen. Es wird eine lebenslange Garantie geboten und eine Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Infrarot-Thermometer-Test ist der BORIWAT-Infrarot-Thermometer. Das kontaktlose Fieber-Thermometer ist zweifellos sicherer und bequemer als das herkömmliche Quecksilber-Thermometer. In einem besonderen Zeitraum kann die Temperatur gemessen werden, ohne den menschlichen Körper zu berühren, sodass keine Bakterien übertragen werden, was zu mehr Hygiene und Sicherheit führt. Natürlich besteht keine versteckte Gefahr von Glasbruch- oder Quecksilberaufnahme. Das neue Design des Stirnthermometers ist mit zwei Messmodi ausgestattet. Mit Ausnahme der Stirn geeignet für Kinder, Erwachsene kann auch die Temperatur des Objekts und der Umgebung gemessen werden. Zum Beispiel die Raumtemperatur, Babymilch und Wasser und so weiter. Geeignet für zu Hause. Das Infrarot-Fieber-Thermometer ist mit dem hochempfindlichen Infrarot-Sensor-Mikroprozessor und dem LCD-Display ausgestattet. Der Temperaturwert kann schnell und genau in einer Sekunde abgelesen werden, und der Genauigkeitsbereich beträgt 0,5 Grad Celsius. Das neueste digitale Thermometer kann 35 gemessene Temperaturdaten speichern, mit denen Sie Änderungen Ihrer Körpertemperatur verfolgen können. Das Baby-Fieber-Thermometer verfügt über eine Hochtemperatur-Alarmfunktion. Wenn eine normale Körpertemperatur 32 bis 37,3 Grad festgestellt wird, ist der LCD-Bildschirm grün. Wenn niedriges Fieber festgestellt wird 37,4 bis 37,9 Grad, leuchtet das orange Licht drei Sekunden lang mit drei kurzen Signaltönen und der Wert flackert. Wenn hohes Fieber 38 bis 42,9 Grad festgestellt wird, leuchtet das rote Licht mit fünf kurzen Alarmtöne und der Wert blinkt. Gesundheit ist das Wichtigste. Jeder muss seine körperliche Verfassung kennen. Und Ihr Zuhause muss ein solches digitales Thermometer vorbereiten, das die Körpertemperatur schnell erfassen und Ihnen bei der Entscheidung helfen kann, ob Sie sich medizinisch behandeln lassen möchten. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.